Tja, wir brauchen einfach deutlich mehr Diagnose-Einrichtungen. Das war's von mir. Ja, ja. Aber morgen wieder bei Bungo Kids dabei. Dann gibt's den ganzen Tag lang die Büro-Löwen. Wer das noch nicht geguckt hat, sollte es unbedingt tun. Man ist nie zu alt für Zeichentrickserien. Und diese hier ist bunt, richtig lustig und hat auch noch tolle juristische Ratschläge. Die haben mir schon mehr als einmal geholfen. Wie machen wir das hier unten? Echte Journalistin nähert sich dem Krankenhaus. Hm. Da-da-da-da-da-da-da. Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Ja, ja. Was ist der denn für Zeichen? Hm. Hm. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in den Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Ja, das Blöde ist, wenn du nicht sofort agieren kannst, kommt wieder irgendwas dazwischen und schon habe ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Wir brauchen einfach viel, viel mehr Diagnose-Einheiten, da komme ich gar nicht drum herum. Diese Behandlungsdinger sollen hier weg, aber dafür brauche ich wieder viel Geld, damit ich hier diese komischen Räume kaufen kann. 50.000, dann bin ich schon wieder pleite. Dass wir diese ganzen Behandlungszimmer mal wegrichten. Hm. Die Frage ist ja auch, kriege ich hier eventuell ein Klo rein, aber dann wird es wieder so eng, habe ich das Gefühl. Wenn ich hier jetzt versuche, ein Klo reinzusetzen. Siehste? Aber das muss auf jeden Fall größer werden, das Klo. Guck mal nicht drum herum. Hm. Alles eng da bei dir. Ja, ja. Das ist... Gefällt mir persönlich auch nicht. Was wir mal machen könnten, wir könnten... ähm... ...dieses... ...Klo hier... ...verkaufen. Und dann bauen wir mal ein vernünftiges Klo und einen vernünftigen Pausenraum dahin. Dann machen wir hier ein Dreierklo, das geht ja so groß. Dann haben wir mal hier anständiges Klöchen, weißt du? Und in die Mitte machen wir dann Spaß und Essen. Ich glaube, so machen wir das. So, was hätten wir denn? Wir hätten hier, ähm... Ja, hier machen wir zwei Waschbecken auf jeden Fall hin, ne? Die Frage ist... ...kriegen wir... ...eventuell... ...wenn wir das so machen, kriegen wir dann hier vielleicht so einen Heißluftfön hin? Ja, ne? Hier kriegen wir... ...ja, guck mal. Kriegen wir hier den Desinfektionsspender hin? Das ist wieder mal ein bisschen eng, das stimmt. Da hätten wir natürlich Kackhäuser ohne Ende, ne? Ich glaube, das geht. Wird vielleicht ein bisschen kühl. Müssen wir mal gucken. Eins, zwei, drei... Das ginge. Und dann lassen wir da mal ein bisschen Luft. Und dann haben wir hier für alle Beteiligten und das wird hier voll. Äh, ein schönes großes Klo. Ich denke... Halt die Frage, müssen wir hier acht Schüsseln reinsetzen, ne? Weil wir müssen auch noch irgendwie Platz haben, befürchte ich. Weil wir müssen ja noch mit Heizung arbeiten. Jetzt könnte es ein bisschen warm werden, weiß ich nicht. Naja, er hat es noch nicht gespeichert, deswegen. Gut, jetzt kann man hier sehr warm kacken. Das ist auch okay. Ähm. Mülleimer wäre nicht schlecht. Und vielleicht nehmen wir doch noch einen zweiten... Vielleicht noch einen zweiten Desinfektionsspender. Da hätten wir auf jeden Fall ein schönes großes Klo. Also da kann man echt nicht meckern. Ja, nehmen wir so. Und dann den Raum hier, den machen wir einfach auch größer. Was du auch immer verkaufen möchtest, das ist deine Sache. Ähm. Dann richten wir den mal schön ein. Ja, für unsere Mitarbeiter. Ja. Das sind halt die großen Umgestaltungen, wenn du so langsam in dem Bereich bist, dass du es dir leisten kannst, ne? Nicht immer witzig, aber naja, was man nicht alles tut, ne? Wenn wir hier ein Bücherboard hinstellen, haben wir ein Bücherboard hier zum Lesen. Dann stellen wir das doch da hin und kriegen wir da nicht irgendeinen Sessel nehmen? Hm. Der passt leider nicht, der hier. Passt, alles klar. Dann können sie da Bücher lesen. Weil das ja die Couch ist, wo sie immer hinfallen, könnten wir hier ja auch mal den Traumfänger hinbauen. Scheint aber irgendwie auch noch Luft zu sein. Könnte das sein? Ne, ist so gewollt vom Spiel. Alles klar. Gut. Da ist alles drin. Gucken wir mal, dass wir so langsam mal Richtung Stufe 5 kommen. Ich dreh durch. 24.06. 12 Uhr Impftermin. Allerdings nur, wenn auch wirklich der Impfstoff vorrätig ist. Ist ja höchstens noch ein Monat. Du bist ja bald geimpft, wa? Ich denke mal, an der Stelle muss man herzlich oder sagt man einen herzlichen Glückwunsch oder sowas. Ich bin froh, erstmal einen Termin zu haben. Ob dann wirklich geimpft wird, schauen wir mal. Ja, ja. Man muss ja auch noch gucken, dass kein Mineralwasser drin ist oder sowas. Wie habe ich das Gefühl, hier fehlt noch was? Kochsalzlösung gab es ja auch schon. Ja, ja, genau. Da muss man halt mit leben, weißt du? Da denkst du, du bist geimpft und... Ich meine, da frage ich mich allerdings wirklich, wie können Menschen so grundasozial sein, sowas zu tun? Also da fehlt mir echt jegliche Form von Verständnis und ich glaube, da wäre ich auch als Richter geneigt, höchst Strafe zu verteilen. Aber wir wissen ja, damit ist nichts zu rechnen. Wenn einer seine GEZ nicht bezahlt, der kann schon mal in den Knast, aber... So, dann haben wir doch hier auch einen schönen Aufenthaltsraum. Guck mal, ist doch hübsch geworden. Und dann machen wir folgendes. Dann machen wir hier Sitzplätze hin ohne Ende. Die könnten wir ganz gut gebrauchen, glaube ich. Hier passt auch noch welche hin. Gucken wir mal eben, wie ist denn der Raum so? Also temperaturtechnisch ist es okay. Dann können wir das vielleicht nehmen und hier hinpacken. Weißt du, den schmeißen wir auch weg, den Müll hier. Braucht keinen Mensch. Dafür können wir eventuell noch einen Sitzplatz hier hinbauen. So. Die Angst, Fehler zuzugeben. Wir hatten auch so einen Fall im Testzentrum. Die hat sich beim Übertragen der Daten vertippt und hat dann aber niemandem Bescheid gesagt. Ist aber aufgefallen. Nur war das nicht mehr eine Person zuzuordnen. Also mussten alle gestehen, in einem Zeitraum von zwei Stunden nochmal antanzen. Äh, alle getestet. Ja, das sind so Dinge, die verstehe ich nicht. Man kann doch für seine Fehler gerade stehen. Ich meine, ja. Klar, man braucht immer Vorgesetzte, die dann nicht, wer weiß, wie jähzornig werden. Aber auf der anderen Seite. Äh, jeder Mensch macht Fehler. Dafür sind wir Menschen. Also, finde ich jetzt. Ja. Wo ist da das Problem? Das hat sich mir nie erschlossen. Klar, ist unangenehm. Und, äh, ich versuche ja auch immer einen Weg zu finden. Wenn ich mal Mist gebaut habe. Aber ich konnte immer dafür gerade stehen. Meine meisten sag ich Niklas war es. Aber das ist ja auch okay. Das ist ja legitim, weißt du. Der ist es ja auch. Habt man ja gestern wieder bei Minecraft gesehen. So. Da muss ich mich ja nicht rausreden. Vor allem werden die Fehler ja meist schlimmer, wenn man sie versucht zu verschleiern. Ja, ja, eben. Genau. Das sind genau die Dinge, die man nicht braucht. Warum passt denn das nicht? Niklas klang so, als würde er schon schlafen. Ja, der schläft immer. Das ist ja das Schlimme. Ja, aber du hast das vielleicht gestern auch mitgekriegt wieder mit dem, äh, weiß ich nicht. Hast du das gestern mitgekriegt? Mit dem Lager. Ja, so dieses, ja, ist halt so, ne. Hat mir ja nie einer gesagt. Das stimmt nicht. Als wir die, äh, äh, hier, wo er das Eisen da wieder blöd geschmolzen hat, ne. Ich meine, ich weiß ganz genau, als wir die große Schmelze gebaut haben, die ja aus einem Erz doppelte Menge macht, dass wir darüber gesprochen haben, dass Erze nur noch da drin geschmolzen würden. Das weiß ich 100%. Aber anstatt zu sagen, ey, scheiße, hab ich vergessen? Ja, nee, hat mir ja nie einer gesagt, weißt du? Und das sind genau die Leute, denen ich am liebsten eine klatschen möchte. Einfach dafür gerade stehen, ist doch nicht schlimm, mein Gott. Dadurch werden wir nicht sterben, oder? Er ist nicht wirklich konzentriert dabei. Der, der, ja, der, ja. Das wirkt so. Ich weiß ja auch nicht. Vielleicht ist es ja auch das Alter bei mir. Ich weiß es doch nicht. Ich finde sowas halt immer blöd. Also man kann ja was draus machen. So Sachen, so Gemeinschaftsprojekten und so. Ich meine, da muss man jetzt kein Fass für aufmachen, ne. Ich meine, ist doch am Ende scheißegal. Dann kraften wir uns die Ärzte eben irgendwie anders. Aber ich finde das halt doof, wenn sowas besprochen wurde. Das dann einfach so voller Ignoranz. Ja, äh, äh, weißt du? Habe ich nicht, war ich nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht. Das finde ich immer so schade dabei. Das ist etwas, was mich grundsätzlich nervt. Ich meine, ich bin mir mal gespannt, wie es mit Jules wird, wenn wir jetzt, ähm, Green Hell spielen. Das wird bestimmt auch nochmal furchtbar. Haben wir irgendwo Platz für einen Kaugummiautomaten? Aber hier muss noch irgendwas Grünes hin. Machen wir vielleicht die Bank hier weg, weil die sieht so verloren aus. Dann können wir eventuell noch eine Ladestation hinbauen für unsere komischen Roboter-Dinger, die ich so gut wie nie warm nehme. So, dann können wir hier eine Papagei hinbauen und, ähm, ähm, was wollte ich denn hier noch hinbauen? Weil Spaß haben sie. Das ist, äh, ein bisschen Spaß ist da. Noch eine Bank weg würde ich vielleicht aber auch nicht unbedingt machen, oder? Eine Statue dahin. Was haben wir denn noch an Statuen? Das ist vielleicht ein bisschen groß, oder? Ist auch nicht viel kleiner. Die Affen auch nicht. Fliegende Schwein. Das geht. Joa, so könnte man das ja lassen, ne? Jetzt müssen wir nur noch das Teil hier austauschen. Die Frage ist, habe ich das Geld dafür? Eigentlich doch, ne? Ich lasse nochmal ein paar Sekunden laufen. Vielleicht verdienen wir ja nochmal Geld. Dann nehmen wir nämlich den hier. Verkaufen. Wieso nur für 31? Weil der Helix hier komplett kaputt ist, ne? Und dann mach den mal zu. Dann müssen wir hier die Sitzbänke eh nochmal verändern. Weil dann machen wir einfach, äh, hier so einen Fünferraum darüber, weißt du? Ach, äh, hier so einen Fünferraum. Ach, äh, hier so einen Fünferraum. Ach, äh. 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 Los, reparier den. Ich will den Raum da weg machen. Oder lassen wir das so. Ich finde, hier müsste noch irgendwo ein Mülleimer hin. Es würde unserem Krankenhausruf helfen, wenn wir mal mehr Leute retten würden. Ich weiß nicht. Wir haben eine Reilungsrate von 65%. Das ist zu wenig. Sag mal, wie viele Monate brauchst du denn, um das Gerät zu reparieren? Wenigstens wird unser Klo gut angenommen. So, bist fertig, ja? Kann ich jetzt verkaufen? Auf jeden Fall. Ach so, ich dachte, wir werden sie nie wieder verlassen. Also, sie können uns nicht mehr verlassen, weil sie tot sind. Weil das so ein Horror-Hotel ist. Ja, dann haben wir hier wenigstens nochmal einen Mülleimer. Hier passt ja leider nichts hin. Wir könnten ja hier eigentlich noch ein bisschen was rausholen, aber ich fürchte, das geht nicht. Wir werden sie nicht mehr verlassen. Ich würde es aber sagen, ich würde sie nicht mehr verlassen, weil sie nicht mehr verlassen können. Wie viel zu verhalten? Wir würden sie nicht mehr verlassen und nicht mehr verlassen, �